Blümmerl Und wenn's den U-Ausschuss nicht eint, dann ist das Blümmerl bald Patient, weil es scheint schwer dämmend. Hull dir, hull dir, hull dir, einen Laptop hatt' ich nie. Hull dir, hull dir, hull dir, vertret'n du ihn nie. Solche Blümmerl, das ist allerhand, gibt's überall im ganzen Land. Drum nennt uns die Welt ganz schick Bananenrepublik. Das Blümmerl sitzt im Parlament und weil's dort jeden kennt, wird es nicht untergehen, weil's eine Feind haben viel zu verlieren. Und weil die Welt sich weiter dreht und kein Tag ohne Skandal vergeht, hat jeder Land in Landaus vor den Nachrichten ein Graus. Hull dir, hull dir, hull dir, ein Handy hatt' ich nie. Hull dir, hull dir, hull dir, zurücktreten du ihn nie. Blümmerlsfreunde haben keinen Stress, sie schicken ihm nur eine SMS. Und so werden's kurzerhand irgendwo Vorstand. Ein Blümmerl ist Minister auch und steht dort auf'm Schlauch. Sechs Mulden haben fehlt beim Budget, das ist vorliegt, dem Blümmerl nix passieren wird. Davor die Hölle zufriert, zurücktreten tust in Österreich, nämlich nur über die eigene Leid. Hull dir, hull dir, hull dir, hull dir, ein Handy hatt' ich nie. Hull dir, hull dir, hull dir, zurücktreten du ihn nie. Hull dir, 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 ein Handy hatt' ich nie. Hull dir, hull dir, hull dir, zurücktreten du ihn nie. Untertitelung des ZDF, 2020